Das ist doch immer das ständige Problem, der startet neu, ja? Okay. In dem Moment, wenn er das macht. Dann ist ja gut. Nicht wirklich. Ja, besser als dass er, ähm, so den Biss macht. Ah, kann ich mich so lange beim Schauen hier. Nimmt jetzt das Internetfenster auf, nein. Hier. Wasserruhne hab ich gemacht. Manaruhne. Drei. Achso, zuerstruhne hab ich noch, so gezählt, stimmt ja. Aber Erdruhne hab ich ja noch. Aber du kriegst ja, wenn du ne Ruhne her, die Ruhne herstellst, drei Stück insgesamt draussen machen. Okay. Außer bei der Manaruhne, da kriegst du echt nur eine. Pleite in der Distick. Hast du keine Wiki für, doch da. Ich hink damit nicht eben. Ich hab mir die Ruhne aufgeschrieben und dann bin ich in die AI durchgegangen und dann hab ich mir alles aufgeschrieben, was ich brauch. Da ist mein Block gut, was ich in der letzten Luchest hatte. Ja, das ist natürlich clever. Items. Ja, weil immer reingucken, wieder raussuchen. Ja, das ist nervig. Und dann wieder vergessen, was du brauchst. Dann wieder reingucken. Oh, ne. Das nervt. Using the command key to... Dann haben die halt kurz das in die Bildschirm da und dann... Scheiße. Skystone, okay. Da geht wieder? Ne. Ne, Garten. Can't connect it. Zeigt jemandem, wie der geht. Okay. Jetzt lang kann ich mich ja. Ah, bisschen durchsuchen hier. Ach, Kerl. TNT Cards. Geht wieder. Ja, ich guck sofort, ich guck sofort. Items. Wofür braucht man den Skystone denn? Ne? Wofür braucht man den denn? Ja. Weiß er nicht. Oh, Alter, jetzt bin ich... Ah, jetzt bin ich schon wieder hier. What the fuck? Ja, ich musste eben auch nochmal die Ingots wiederherstellen. Nein, mein Port... Alter, wie komm ich jetzt hier weg? Meine Porta... Ah, ne, oder? Warte mal, ich hab die... Wasserhunde, die Airhunde, die Firehunde... Und da brauchst du noch die Erd und die Mana. Okay, war schon. Ja, weil... Das muss noch beides auf. Zack, zack. So, zwei, vier, fünf. Okay. Okay. Eine Rune, die brauche ich. Die... Die... Ich... Das ist der sogar... Glaube ich. Ach, für den ML Controller... Brauch man den. Für nichts anderes? Nein, so, ja. Nur für den ML Controller, ja. Okay. Ja, aber Sky Stone heißt doch, dass er eigentlich irgendwo eine Lüfte sein muss. Ja, das kam doch aus der Luft. Das Zeug. Also, aber es liegt auf dem Boden rum. Ja, ja. Okay. Es liegt nicht auf dem Boden rum, sondern das ist ein echter Meteorit, der runterkam. Okay. Dann ist es fast der. Hab ich nämlich auch schon gesehen gehabt. So. Ja, ich weiß. Ich weiß, du drehst dich hier rum wie ein Beklopter. Wir müssen woanders hin. Ihr heftigendendermen. Wo seid ihr? Ich brauche eine Enderperle. Das ist geil. Sonst sind die Endermen zuhauf da. Aber wenn du die mal ne brauchst, dann keine da. Ja, das hatte ich aber auch schon. Das ist schlimm. Hätte ja nicht so das Problem, wenn man mal eine Enderperle nicht geklaut hätte. Ja, ja. Was? Ah, ich muss... Scheiße, ich komme jetzt gar nicht mehr zurück. Ich muss jetzt einfach... Oh. Nach Hause machen. Boah, fast in die Schlucht rein gefallen? Schade. Halt's für den Maul, du Arsch. Deine Schadenfreude, ma echt. Ist doch schön. Boah, war das knapp Bin ja schon ein Stück runtergefallen Da sind die Öfen Treffe ich von hier Autsch Bingo Ja, die vergiftet ein 100 wird mich denn da jetzt gauern Okay, hier ist ne Blume Da rennst du nur gegen diese Die weichen Lily Da kannst du nicht durchrennen Alle Pflanzen rennst du durch Aber da nicht Oh, da ist natürlich komisch Hallo, Zombie Oh, ich muss jetzt mal was essen So, jetzt laufen wir in die andere Richtung Enderman, 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 Enderman Enderman Och, auch noch ein Skelett in der Nähe Zwei Stück natürlich noch Komm, mach bumm, mach bumm Ja, mach bumm Wo wir die Skelette angeschossen haben Hat ein Creeper sich von dir hin in die Luft gejagt So Kannst du die auch loswerden Wow Bein zu plenty Wow Gleich tot Oh, doch nicht Eine Enderperle Ich freu mich Bein zu plenty Warum nicht Ach, pro Mutter keine Hier dreht er sich schon wieder wie bekloppt der Keine Ahnung Keine Ahnung Ich weiß nicht wie das geht mit dem Ach Ja Jetzt habe ich Enderperle Und jetzt ist ein Enderman bei uns Nein, nein, nein Nicht explodieren Nicht explodieren Lass das Ja Boah Diese Falling Knight Die rennen dir Kilometer weit hinterher Das ist natürlich geil Drecksicher Nein, ich will nicht sterben Wo ab Fuck Enderman Ja, Enderman Warum spawne ich hier hinten, wenn ich da Wo du zuletzt geschlafen hast Ja Ja, habe ich aber nicht gepennt Hast du dein Bett vielleicht einmal abgebaut gehabt? Nein, hatte ich nicht Okay Außer hiermit komm auf die Idee das zu machen Negativ Nigger Was sagst du? Negativ Hat Schwert jetzt da? Ich brauche irgendwie welche Blöcke in der Nähe Oder in der Hand So Tod Kann sein, dass ich jetzt erstmal gleich ersauf in Lava Ja Ist möglich Du machst das schon Ich grabe mich einfach straight nach unten Ich weiß nicht, warum der so ausrostet Weiß ich nicht Weiß ich nicht Total komisch Komisch, komisch, komisch Was sagt der blöde Flash? Naja Ich bin bei Badwark Willst du mich jetzt verarschen? Mich verwirrt das Ja, dich verwirrt doch alles So Mana ohne fertig machen Das gute ist, ich könnte jetzt noch eine machen Okay Dann macht er Was habe ich für ein paar Talen da hinten? Ich hoffentlich gelb Oh ja So Ja, man Ich meine, Mana ohne habe ich ja noch eine, aber Äh Ja Das glaube ich eigentlich für eine Scheiße Viel Hm, ich merks grad Weißt du was? Mach uns denn nur Boah ey Fick dich Hey Enderman Willst du bei Nacht laufen? Was? Ob du bei Nacht lau- achso du bist hier Enderman Enderman Ja, den habe ich mir doch grad extra geboxt Bitte Toll, ich kriege ein Enderman Head für Ender ja auch Schlafen, ne? Oh, Blitze Da Blitze Da sind Blitze Sind eigentlich keine mehr, ich hab das schon fertig Bei mir sind da Blitze Botania, Botania, Botania Seeds Seeds